Hallo, ich bin Fabian, ich bin 25 Jahre alt, habe es gerade schon wieder verkackt, weil ich eigentlich sagen wollte, dass ich der Fotograf bin. Hallo, ich bin Fabian, ich bin der Fotograf von On Air Tonight, ich bin 25 Jahre alt, glücklich vergeben, Punkt. Heute mal ein bisschen was von meinen anderen Hobbys zu zeigen, habe ich ein bisschen Material mitbebracht, vom Kitesurfen, den Helm, Neoprenanzug, Fallschutzweste. Um euch ganz kurz, bevor Martin und Carsten jetzt die Show beginnen, zu erklären, warum ich bei On Air Tonight dabei bin, sind nicht die beiden, sind die Hassbehörder. Und jetzt viel Spaß bei On Air Tonight! Was ist das, wie Achter Tonight? Vielen Dank.